Jo Leute, willkommen zurück zu Minecraft mit einem spaßigen Kollegen, ne? Wir hatten gerade schon so ein schönes Problem. Spaßig? Spaßiger? Okay. Ja, ja. Oh, ich habe mal einen Ofenkaktus fällt mir jetzt gerade ein. Wart! Kaktus. Oh, siehst du hier, kannst du mal direkt das Fleisch mitnehmen, wo ist denn jetzt? Oh, hier. Achso, hier. Ach, sauber, jetzt müssen wir für dich echt machen. Ich drück immer, ich drück immer EVE zu, um das Zähnchen zu nehmen. Okay, ich wollte irgendwie jetzt für dich ein... Ach, guck, ich habe noch Wolle. Sauber, dann können wir gleich nochmal ein Bett machen. Ja. So wie so ein Ehepaar. Ja. Wir machen das aber nicht so. Okay. So. Okay, wie zwei Brüder. Okay, wo pennst du? Rechts. Okay, dann penn ich links. Aber wieder klar, dass du rechts pennst. Ja. Okay, man kann das jetzt zweideutig verstehen. Ja. Da habe ich auch gerade das gedacht am zweideutigen. Okay, cool. Ich habe eh den besseren Skin als er. Hey, Zombie, wie geht es dir? Ach, labern. Ich meine, das ist cool. Nee. Doch. Nee. Doch. Nee, nee. Doch. Okay, ich kann dir gleich sagen, wofür du eigentlich hier bist, denn? Ich bin wofür hier, wenn er es klar wird? Oh, nein, hier. Ich mach dir nochmal schnell Rüstung. Okay. Ach, was will ich denn am oben rufen? Moment, du kannst ja mal gerne was machen. Hier, von mir. Kannst ein bisschen XP dadurch verdienen. Boah. Und hier auch. Ist auch hier noch Kohle. Hier auch? Ah, hier ist glaube ich Kohle drin. Ja, genau. Finger von denen. Kohle, 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 Kohle. Okay. Ähm, nein. Hier hab ich genug. Ah, Kaktus. Ich werf dir die Kaktusse gleich mal raus, ne? Okay, jetzt brauch ich... Jetzt mach ich dir mal ein Schwertchen. Wurz, ein paar Botten. Nee, ich will keine Eisentür. Oh, ich glaub, das reicht nicht für dich. Ja, musst du ohne Helm leben, aber ich find da eh dein Gesicht witziger. Ja, ne? Das darf man gar nicht verdecken. Okay, was hab ich denn alles für Müll hier? Erde. Ja, ist doch so, man. Pflasterstein. Und Stickies. Okay, die ganzen Stickies kann ich wieder hier reinwerfen. Und hier kann sonst Pflasterstein rein. Gut, hab ich dir gar nicht erzählt, was wir heute machen wollen. Handwerk. Ach so, oh scheiße. In deinem Stream darf man schon fluchen, oder? Oder ist das verboten? Du darfst gerne fluchen, aber nicht so eine richtig extremen Wörter, aber sonst so scheiße, oder irgendwie so. Okay. Du siehst aus, ey. Musst du dir bereitziehen, denn? Warte. Warte, 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 warte. Ich muss jetzt hier mein Eisen nehmen. Okay. Die ist dein Kaffee ein bisschen. Warte, ich werf dir noch den Kaktusse raus. Hier, die brauchst du vielleicht. Keine Ahnung. Nee, warte. Oh, ich wollte dir die anwerfen. Ja, hier, dann... Ach. Egal. Okay, gut. Ich hab letztens angefangen, hier unten zu graben, ne? Hast du? Hier unten hab ich angefangen zu graben. Ja. Und dann würde ich dir sagen... Nee, mach's nicht. Da ist bestimmt irgendwie Wasser, oder Lawine, äh, Lara oder so. Lawine. Ja, Lawine. Besonders Lawine, ey. Nee, 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 äh, krab mal ein bisschen runter. Ich? Ja, du. Nein. Doch. Doch, jetzt geht er durch. Ich hol dir extra noch eine Eisenschaufel im Moment. Ich trau mich nicht. Ich trau dir grad nicht. Doch, doch kannst du mir vertrauen. Warte mal. Scheiße. Nix mit X-Ray hier. Nein, nicht X-Ray, aber ich mein jetzt hier... Ich komme nicht mehr... So. Nein. Moment hier. Steintreppen. Geh mal weg. Ja, Steintreppen. Uh. Okay. Wolltest du nicht irgendwie dann... Alter, wenn ich jetzt verrecke wegen dir, ne? Dann... Das ist ja schade um meine Eisensache, würde ich sagen. Real nix wert. Okay. Los, dann grad mal weiter hier. Ich brauche... Ich, ich, ich brauche... Ich brauche... Ich brauche Holz. Holz? Holz. Für Fackeln. Achso, warte, die Fackeln habe ich hier. Genug. Er wirft mir eiskalt Fackeln an den Kopf. Das macht man bei... Ich, ich bin hier der Trollermann. Du darfst mich nicht so trollen. Ich bin der Troller. Guck mal, ich habe Trollface auf meinem Kapazier. Ja, ist doch so. Oh, hier liegt... Verkacktes Zombiefleisch. Alter, was ist das? Achso. Lol. Eins, zwei, drei. Blup. Eins, zwei, drei. Blup. Eins, zwei, drei. Oh. Ähm. Was muss ich... Graben? Graben? Ja. Okay. Okay. Was passiert denn, wenn ich Hamachi ausmache? Achso, kann ja gar nicht passieren. Das ist ja meine richtige IP. Aber nicht hacken hier. Ne, ne. Achso, was hältst du eigentlich von meinem Hafen? Der ist noch nicht ganz fertig, aber der ist hier draußen. Was für ein Hafen? Ich habe hier so ein ganz kleines, angelegtes Häfchen hingebaut, aber ich glaube, da fehlt noch ein Häuschen hier draußen. Na, hier so. Hier so. Ein Hafen? Ja, ich wollte eigentlich noch mehr hier umbauen, aber im Moment ist mir nichts eingefallen. Hast du eigentlich, weißt du, was noch cool wäre, wenn du, wenn du das, äh, ja. Äh, wenn du, äh, äh, die Dings, ja, was ist es, die Mod hier mit Öl und so. Kennst du die? Ach klar, Bullcraft. Habe ich sonst immer drauf. Die ist voll cool. Ja, ja, sonst spiele ich eigentlich mein Colony, Bullcraft, Industrialcraft oder Timbermod. Ey, guck mal, ich mache 360s hier. Guck mal, voll da. Ja, nee, das war, das war kein 360, das wäre so was anderes. Du findest, die Pflanzen sind schön, ne? Die Pflanzen sind schön, oder? Ähm. Ja. Asynchron, nee. Oh, hier sind schöne Pflanzen. Ah, nee, verkackt. Nein, das wollte ich jetzt gar nicht. Hey, ich bin hier voll der Trickshotter, man. Guck mal. Gib mir, gib mir Pfeil und Bogen, Alter, und ich mache hier voll MLP, man. Guck mal. Ja, Temper Shot. Moment. Oh, irgendwas war über, äh, auf mein Feld, also. Das geht ja mal gar nicht. Ja. Ja, wieso läuchtest du jetzt auch drüber? Na, man darf ja wohl drüber laufen, 1.4.5. Oh. Und man darf bloß nicht drauf springen. Okay. Okay, gut. Wo war, äh, wie weit bist du denn? Nicht weit. Ist das alles? Dann geh mal weiter hier. Okay, komm, ich muss da hinten, dahinter noch weitermachen. Hier weiterkram. Du bist, wie weit bist du Stufe 16 runter? Oh, nö, nicht so weit. Davor machen wir so einen kleinen Stützpunkt, sag ich mal. Ja, ich dachte, ich dachte, äh, Stufe 16, da findest du eben öfters mal jemanden. Oh, ich hab mein Ding jetzt neu gemacht. Scheiße, ich muss erst mal alles wieder raufballern. Äh, Moment, wo sind wir denn überhaupt? Y, sagen wir mal Y30, ja? Äh, warte, wie kann ich? F3. Warte, wo bin ich jetzt? Ja, 42. Oh Gott, das sind viel zu viele Treppen, so will ich es jetzt sagen. Jetzt hab ich irgendwas mit, äh, 80 Treppen oder so gemacht. Yeah. Egal, vorbestellt. Ich hör, ich hör ein Skelett. Ich hör, oh, hier ist eine Höhle, Digga. Sauber. Da wollte ich unbedingt irgendein hin. Scheiße, was ist denn? Hab ich dir schon erzählt, dass das eigentlich richtig scheiße ist mit dem Hinstellen? Du kannst jetzt alles falsch rum hinstellen. Wie jetzt? Du kannst Treppen, guck mal hier, guck mal hier. Hier ist es grad so schlimm dick. Das konntest du schon immer. Naja. Doch. Peter nicht. Hier, guck mal. Du kannst einfach jetzt, weil ich jetzt einfach mal hier oben, einfach mal ganz schräg so hin machen. Da fuck? Oder, oder, irgendwie, jetzt kannst du sogar mit den neuen, äh, 1.4-Punkt-Dingens, kannst jetzt sogar Kanten da mitmachen mit Trippen. Ja? Ja, ohne Scheiße. Hab mir erst mal gedacht, so, okay, Kanten wär ja cool, aber das ist das mit dir nachher. Digga, da unten ist ne Höhle. Und ne Höhle, sauber. Ja, aber da unten ist ein Skelett, ich mag Skelette nicht so, wirklich. Hast du ein Schwert? Ja, aber trotzdem mag ich den nicht, und es ist tief, ja. Oh, hast du schnuppt? Ja, sag ich doch. Fahnd ich hin? Okay, lass uns erstmal hier einen Stützpunkt bohren, so ein, so ein Lager. Ja, so ein Lager, wollte ich extra so haben. Hast du noch Leitern oder so? Äh, nee, äh, nee, scheiße, ja. Deswegen sag ich doch Holz. Naja, wir gehen da eh gleich hoch, wenn ich die Treppen, äh, ach, verdammt. Ähm, ich mach, ich Höhle ja erstmal ein bisschen aus. Und lass mal, ähm, drei, äh, drei Blöcke hoch im Raum. Ist bei mir so standardmäßig. Genau, so sehe ich das auch. Und, zack, jetzt bin ich da. Yeah. Du, jetzt machen wir hier noch am besten zu, ne? Ich hab jetzt irgendwie, das machen wir am besten mit Plan. Ich hab hier noch ein, ja, nee. Doch, das sieht doch cool aus. Nee, echt? Willst du? So, dass du dann unten gucken kannst. Und dann denkst du so, scheiße, ach nee, ist ja Glas. Achso, ja. Oh, ich brauch Essen. Ich hab ja noch genug. Achso, ich bin ja schon. Aber ist das da Gold? Ja, da war Gold. Ja. Aber ich spring jetzt hier nicht runter, ich krieg's so viel Gold. Ach lo, ich hab gar kein Glas mehr. Du hast kein Glas mehr. Das ist, ähm, prinzipiell ist das, äh, Glas. Ja, jetzt muss einer Glas pfeifen. Ähm, so gut. Ich mach hier erstmal ein bisschen schöner, dass du, äh, hier locker runterlaufen kannst. Also, dass du hier, ohne, dass du stecken bleibst, so, und unterlaufen kannst. Oh, ne Dreckskiste. Ja, nimm doch ne Kiste mit. Oh, ich hab aber fast gar kein Holz. Ja, ich sag doch, wir brauchen Holz, Mann. Aber, okay, ich hab noch 36 Tropenholz. Oh, jetzt hab ich... Oh, jetzt hab ich... Oh, jetzt hab ich... Oh, jetzt hab ich... Oh, du. Nix. Da, nein, nein, nein... Hehehe. PvP ist aus. Ich weiß. Hab's gemerkt. Kann ich das anders machen? So sieht's das nämlich. PvP? Oh, no, comment, okay. Auf wem mal nicht mehr, okay. Da oben wird ein Glas gepfiffen, ja hier unten ist Eisen und Gold war da hinten. Gold, ja da hinten ist... Nee, Eisen. Wow, was ist das? Ich hab einfach mit Optifine mal ran gesucht. Was du nicht kannst mit McPatcher. Eis drauf, ich brauch das nicht. Nein, braucht doch keiner. Nö. Okay, oh, ist schon wieder nachts. Ne, egal, wir sind eh in der Höhle. Glas mitbringen und dann hat es sich gegessen. Okay. Alter, ich mach den Fehler, aber ich mach den Fehler nie wieder, dass ich ein Bett in der Höhle aufstelle. Hast du ihn mal gemacht, oder was? Hab ich ihn mal gemacht. Ja, genau. Ich wollte die Nacht überspringen und dann... Auf wem mal irgendwie so fünf Zombies im selben Raum. Und ich erst mal Schock fürs Leben gehabt. Ey, Kohle! Alter, ich, 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 ich hasse es, wenn's dunkel wird. So. Ich erst mal. Sauber. Ne, noch mehr Kohle. Okay, wenn du hier runterguckst, dann siehst du hier alles. Okay, sauber. Ähm, ja, dann mach ich hier unten mal ne Workbench. Ja, das wär eigentlich noch gut. Warte mal, ich mach jetzt hier erstmal, ich versuch das mal ein bisschen schöner zu machen hier. Ich muss halt noch tun, du. Hier können wir ne Küche einbauen. So Ikea-mäßig. Psst. Warte. Warte. Ooooooooh. Waaah. Mir hat fast runtergefallen. Wie beim Chilesen, sagst du? Ja. Einfach mal die ganzen... Einfach mal Feuer und dann einfach mal hier raufgeklatscht. Ja, ja. Ja, aus... Woraus machst du bei Minecraft nen Ofen? Aus Cobblestone. Ach, ich geh auch sehr sinnlos, ne? Aber okay. Ich versuch das einfach mal aus Eisen Grill zu machen, dass es sich beschleunigt. Ja. Oder von A2000. So, wie muss man das nennen? Halt die Fresse, Zombie. Ich mag's von bis nicht. Weder hier noch ein bisschen aus See. Ja, ja. Oh, hier oben ist immer noch Dreck, ne? Warte, ich mach jetzt hier... Warte, sollen wir noch ne Etage höher? Also noch... Nee, 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 hier. Hier, bloß einmal weg. Warte, mach noch mal ein Loch höher. Noch einmal? Ja. Weil dann können wir richtig... Ist es nicht beerdigen, oder was? Nein, aber dann können wir richtig schön so verzieren. Mach immer kurz... Ist ja ruhig jetzt, Zombie. Ja, sag ich doch. Alter, ich denke jedes Mal, ich falle jetzt hier gleich runter. Sag ich doch. Das hilft. Hilft vielleicht gegen Fluggangs. Ja. Okay. Noch eins höher. Nein, aber hier... Mich stört das, wenn es nicht schön ist. Dass es nicht schön aussieht. Das weiß ich. Dann können wir irgendwann später mit, mit... Das ist... Das Dom machen dann. Hast du noch mehr... Äh... Dingens? Hast du noch mehr Scheiben? Dann kannst du nämlich hier gerade auch noch Dingens gewinnen machen. Ja, klar. Das ist so ein bisschen epic. Ja, genau. Ja, genau so. So, und jetzt... Machen wir hier... Nämlich... Warte. Äh... Wie viele Blöcke sind das denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Hm. Hm. Also hier. Und dann... Eins, zwei... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Verdammt! Sechs Gläser hab ich nur bei. Äh... Brauchst du Glas oder was ist los? Ich bin Perfektionist. Lass mich einfach mal kurz machen. So. Nein! Nein! Wie so ein Weltuntergang. Okay, das lassen wir mal. Und jetzt hier... Eins, zwei, drei, vier, fünf. So passt es mir. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oder? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja! Eins, zwei, drei, vier, fünf.